So hallo zusammen, hier ist wieder Andy vom eKiwiBlog und in diesem Video, ihr seht es schon, geht es um O2 Prepaid. O2 Prepaid, da gab es vor einiger Zeit neue Tarife. Die Tarife wurden aufgewertet, sowohl preislich, man muss jetzt ein bisschen mehr zahlen, als auch von den Leistungen. Da gibt es einfach mehr Datenvolumen und was ganz nett ist, die Weitersurf-Garantie mit bis zu 384 Kilobit pro Sekunde. Und das ist mal eine Neuerung, weil bisher war es ja immer so, bei den ganzen Tarifen, dass man auf 32 Kilobit oder eben 64 Kilobit gedrosselt worden ist. Und in der Praxis ist das im Prinzip so, wie als ob man das Internet abschaltet. Es gehen zwar noch irgendwie Daten über die Leitung, aber meistens bekommt man dann in irgendwelchen Apps irgendwelche Timeouts und es funktioniert nicht mehr so wirklich. Also alles, was über Textnachrichten hinausgeht und sehr, sehr einfache Webseiten wird damit sehr, sehr schwierig. Umso erfreulicher ist es natürlich, wenn die Anbieter da ein bisschen großzügiger sind, wie jetzt hier eben O2 mit der Weitersurf-Garantie. Und die große Frage war jetzt für mich, wie gut funktioniert das in der Praxis? Hilft das etwas? Ist das besser? Merkt man einen Unterschied, wie gut funktioniert es? Ich habe mir deswegen mal den O2 Prepaid S hier gebucht für sechs, also mit 6 GB Datenvolumen für 9,99 Euro im ersten Monat. Man sieht jetzt hier, es wird danach so ein bisschen teurer. Also ist eine kleine versteckte Preiserhöhung hier so mit drin, damit es einfach ein bisschen besser aussieht. Ja, ich habe das Datenvolumen dann erst mal verbraucht. Das Standard inklusive Datenvolumen, da ist man halt entsprechend schnell unterwegs, je nachdem wie gut oder schlecht O2 an dem jeweiligen Standort ist. Bei mir ist es relativ in Ordnung. Und dann war ich sehr, sehr gespannt, wie es denn nach dem verbrauchten Datenvolumen weitergeht. Und da habe ich dann verschiedene Sachen getestet. 384 Kilobit pro Sekunde, kleiner Funfact hier am Rande. Das war damals unsere Internetgeschwindigkeit in der Studenten-WG. Da haben wir nämlich auf dem Dorf gewohnt und hatten damals nur einen DSL-Lite-Anschluss. Den haben wir uns da sofort geteilt. Und damals war das eine Geschwindigkeit, die für alles ausgereicht hat. Wir haben da also Webseiten, Streaming gab es jetzt da in dem Umfang noch nicht, aber zum Beispiel Videokonferenzen und solche Sachen lief damals schon problemlos mit der Geschwindigkeit. Ja, die Welt hat sich ein bisschen weiter gedreht und 384 Kilobit pro Sekunde, musste ich feststellen, ist nicht mehr ganz so schnell. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, wie zum Beispiel auch Webseiten. Webseiten laden, laden ganz okay, allerdings ist es doch etwas zäh. Also wirklich schnell geht das Ganze nicht. Webseiten sind deutlich größer geworden, also hier ist das Ganze schon mal ein Geduldsspiel. Dann habe ich auch noch verschiedene andere Sachen so getestet, wie zum Beispiel Streaming YouTube. Und da war es so, Streaming funktioniert. Man bekommt da das Video noch über die Leitung, allerdings nur in den untersten Qualitätsstufen. Also wirklich gute Qualität bekommt man da nicht. Die Schwierigkeit war allerdings, erst mal zu dem Video hinzukommen, weil ja in der App oder eben auch auf der Webseite müssen ja erst mal jede Menge Bilder und Vorschauen geladen werden und tatsächlich war das das langwierige. Das heißt, bevor ich da überhaupt zu dem Video gekommen bin, war das Ganze ein sehr großes Geduldsspiel. Downloads, klar, da ist die Geschwindigkeit natürlich so begrenzt, dass das Ganze doch eher recht langsam ist. Ja, was habe ich noch getestet? Musikstreaming. Musikstreaming funktioniert prinzipiell. Allerdings hat das ein bisschen den Nachteil, dass sobald ich am Rechner natürlich was anderes mache, dann wird sich die Bandbreite eben entsprechend geteilt und der Stream, der bricht dann auch an der Stelle sehr, sehr schnell ab. Gut, man kann sich natürlich auch Streams raussuchen mit deutlich geringerer Qualität. Da funktioniert das Ganze ein bisschen besser. Also Musik geht, aber auch hier gibt es dann entsprechend Unterbrechungen. Was mich da noch interessiert hat, waren so Dinge wie Remote Desktop. Kann man damit dann noch irgendwie von unterwegs arbeiten? Und hier war das Bild so ein bisschen gemischt. Ich habe die Qualität extrem runtergestellt auf die niedrigste Stufe. Kann man ja machen in Remote Desktop. Und da hat das Ganze für die Standardanwendung soweit ganz gut funktioniert. Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen. Ich verbinde mich einfach mit meinem Rechner daheim. Der hat halt irgendwie ein schnelles Internet und dann kann ich dann ganz normal mit arbeiten. Funktioniert in der Praxis auch nicht ganz so, weil sobald ich dann irgendwelche Webseiten öffne und sich eben ganz viel auf dem Bildschirm tut, dann wird das Ganze auch etwas hakelig und fummelig. Ja, vielleicht habt ihr es auch schon rausgehört. Mein Fazit, es ist so ein bisschen ernüchternd. Ich will es jetzt nicht hundertprozentig schlecht reden. Es ist auf jeden Fall besser als die bisherige Drosselung mit 32 oder 64 Kilobit pro Sekunde. Da geht einfach noch ein bisschen mehr. Viele Apps funktionieren auch noch, weil eben man rennt nicht in irgendwelche Timeouts rein. Aber richtig Spaß macht es an der Stelle nicht. Wer jetzt irgendwie gedacht hat, ja, dann hole ich mir halt so den günstigsten Tarif hier und habe dann mit der Weitersurf-Garantie eine Art Unlimited Flat Rate. Der wird da ein bisschen enttäuscht sein, weil es eben doch an der Stelle einfach zu langsam ist. Ich denke, das ist auch die, ja, im Prinzip das, was Oto da bezwecken will. Es soll halt am Ende keinen Spaß mehr machen, mit dieser Geschwindigkeit unterwegs zu sein. Es ist eine Notlösung, die besser funktioniert als in der Vergangenheit die langsameren Verbindungen. Aber es macht halt keinen Spaß. Surfen ist langsam, Streaming ist langsam. Alles ist im Prinzip langsam. Und ja, also wer zwei, drei Tage am Monatsende damit überbrücken will, der kommt damit, denke ich, ganz gut hin. Da funktioniert auch noch der Messenger und diese ganzen Geschichten. Man kann ein kleines Bild verschicken oder empfangen. Aber es ist jetzt keine dauerhafte Lösung. Und gerade solche Sachen wie Streaming und so weiter, das ist dann halt schon anstrengend, weil es einfach auch eine Zeit braucht, bis ich da irgendwie das Video mal aufgerufen habe, bis eine Webseite sich lädt, bis ich etwas gesucht habe, diese ganzen Sachen. Ja, könnt mir auch gerne mal eure Erfahrungen schildern, falls ihr das auch mal getestet habt, beziehungsweise auch, was ihr davon haltet. Wie gesagt, ich will es nicht schlechtreden. Es ist auf jeden Fall besser wie vorher. Aber es verbringt auch keine Wunder. Wer jetzt zum Beispiel wirklich Unlimited haben will, der ist sicherlich mit einem Vertragstarif mit einem 2 MBit oder 3 MBit Unlimited Vertrag deutlich besser unterwegs und zahlt dann am Ende auch nicht so viel mehr, wenn man jetzt gerade sich diese etwas teureren Tarife hier anschaut. In diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Euer Andy vom EkiwiBlog.